Raizo ist ein Ninja von Wano Kuni, welcher sicherlich Ninjutsu besitzt, er hat ja schon gezeigt, dass er sich klonen kann, in einer Rauchwolke verschwinden kann und auch mit Shurikens gut umgeht, aber dennoch von seinem äußerlichen wirkt er eher wie ein Schwächling, klein, dicklich, mit zu großem Kopf, auch die Kunoshi Jinobu die wir in Wano gesehen haben konnte noch nicht viel zeigen, sie ist auch eher klein und dicklich und besitzt eine Teufelsfrucht mit der sie alles verrotten lassen kann. Also was können wir von Raizo und allgemein den Ninjas erwarten? Da er eine Leibgarde ist, muss Raizo eigentlich über eine gewisse Stärke verfügen, vielleicht besitzt er auch eine Teufelsfrucht von der wir bisher nichts wissen oder er hat ein Jutsu mit dem er irgendwie schnell in das Gefängnis rein und wieder rauskommt, eine Art Teleportationsfähigkeit oder ähnliches oder er kann durch feste Materie laufen oder so. Ich denke nicht, dass er sich da durchkämpfen kann, Kid und Ruffy werden sicherlich bewacht und selbst wenn es nur paar kleinere Gifter sind, würde er schwierig werden. Was eine Möglichkeit wäre ist, dass er über extreme Schnelligkeit verfügt, wir kennen ja seinen Klon Jutsu, doch bisher ist nicht bestätigt ob es sich dabei wirklich um Klone handelt, die er mit seinen Ninjutsus erschafft oder aber er einfach so schnell ist, dass einfach Bilder seines Selbst für das menschliche Auge sichtbar an Ort und Stelle bleiben. Wobei es sich bei dem Klonen auch wirklich um eine Teufelsfrucht handeln könnte, denn als er sein Klon Jutsu auflöste, sah man wie seine Klone alle in seinen Körper zurückhüpften. Vielleicht ist dies seine Spezialtechnik ähnlich wie Narutos Schatten Doppelgänger, denn wie wir wissen sind Masashi Kishimoto und Aichiro Oda gute Freunde. Was haltet ihr von dieser kleinen, quicken Idee? Wenn sie euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben oder ein Abo da und ich hoffe wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder, hier auf Facefall TV, Ciao! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020